So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flustvie. Zurück bei The Evil Biss In. Im letzten Part haben wir den Wissenschaftler getroffen und der möchte jetzt, dass wir ihm helfen, seinen Patienten da irgendwie zu retten und ich hab keinerlei Ahnung, was wir jetzt hier tun müssen. Ich glaube, aber hier irgendwo oben war doch wer, der uns abschießen wollte und wir mussten dann irgendwo hinlatschen oder so ähnlich. Ich hab keinerlei Ahnung mehr, wie das war. Halleluja, was... Oh, achso, da. Da ist einer. Okay. Ich seh schon. Hi. Ähm, ja, die Deckung bekomm ich, glaub ich, nicht. Aber ich kann mal hier hin. Oder auch nicht. Wow, toll. Oh. Oh. Das... Der Part beginnt gut. Doch, ja, ja, okay. Okay. Tut mir leid. Sorry. Alter. Oh, was ich jetzt machen könnte. Ja, ja, ja. Es sieht gut aus. Ich glaub, das sieht gut aus. Wir klettern einfach mal noch weiter nach oben. Wir klettern einfach auf die Scheune rauf. Kann schon nicht falsch sein. Oh, was? Oh. Achso. Achso, ich verstehe. Okay. Ich glaub, ich bin gerade in eine Bärenfalle gerannt. Sorry. Okay. Ähm. Was? Ah, okay. Ja, das... Danke, dass mir das jetzt auch mal gesagt wird, dass ich so früh schleichen kann. Danke, dass mir das jetzt gesagt wird. Vielen, vielen Dank. Und in meinem Schritt hat's gerade vibriert, da ich eine Nachricht bekommen habe. Sorry. Deswegen hab ich kurz nach unten geschaut. Ah, okay, okay. Das sieht spannend aus. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier bekommen können. Okay. Bisschen Streichhölzer. Bisschen grünes Gel. Okay. Können wir jetzt hier irgendwas tun? Ich hab keinerlei Ahnung, was ich tun kann, muss, soll, darf. Wird einfach mal wieder runterklettern. Wird schon nicht ganz falsch sein. Ja, mein Freund, da draußen beruhig dich mal ein bisschen. Ah, da unten ist eine Bombe, sehe ich gerade. Okay. Ich möchte mal hier ein bisschen schleichen. Ich glaub, das wäre schlauer, wenn ich schleiche. Okay, was auch immer das... Ach, das ist eine Spritze, ne? Ach, wie setze ich die eigentlich ein? Könne ich auch mal kurz nachgucken. Wie setze ich eine Spritze ein? Nein. 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 Spritze. Ah, okay. Benutz mir sie mal. Aha. Okay. Das ist gut zu wissen. Nehmen wir die nächste gleich mit. Was haben wir hier drin? Ein paar Patronen. Ah, wundervoll. Die können wir immer gebrauchen. Und nun? Hallo? Hallo? Kann ich hier irgendwo entlang? Hab doch keine Ahnung, was ich tun soll. Ein paar Streichhölzer wieder mitnehmen. Ah, okay. Hier können wir beobachten, was auch immer uns das bringen soll. Zur Zeit noch gar nichts. Okay. Mal schauen, mal schauen, was wir hier noch tun können. Ich hab nämlich keinerlei Ahnung, was es hier so für Möglichkeiten gibt. Ich muss ja irgendwie an dem einen da vorbei, ne? Anders komm ich ja sonst nicht hier weg. Ist hier irgendwas? Hallo? Hier ist ne Leiter. Okay. Das ist vielleicht ganz nützlich. Wenn ich weiß, dass die hier gibt. Okay. Scheint eine Abkürzung zu sein. Damit ich wieder schneller hoch kann, ne? Ja, es sieht sehr danach aus. Was ist hier sonst noch irgendwie im Weg? Oh, ich seh gerade, da ist wieder ne Falle. Und mir wurde gesagt, dass ich alle Fallen entschärfen kann, wenn ich hier irgendwie mich da dran ranschleiche. Kann ich wohl fast alle Fallen entschärfen. Oder jede Falle entschärfen. Vielen Dank an die Person, die mir das in die Kommentare geschrieben hat. Ich glaub, das war Smash the Bunny oder so ähnlich. Ich werd einfach mal nach unten. Wird schon nicht falsch sein. Da ich keinerlei Ahnung hab, wo ich wirklich hin muss. Hm. Hallo? Ist hier irgendwas? Hier haben wir ein schönes Haus. War das das Haus, aus dem wir gekommen sind? Ne, ne? Das ist es nicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich bin gerade so orientierungslos. Diese Bomben kann ich wohl entschärfen, wenn ich dran vorbeischleiche, wie mir ja gerade gezeigt worden ist. Oh. Und ich sollte das... Ach so, man... Ah. Ach Gott, das Ding darf nur eine Umdrehung machen, okay. Okay, ich hab's gecheckt, ahaha. Okay. Dann merk ich mir erst mal, das Ding darf nur eine Umdrehung machen und dann... ...muss ich stoppen. Alles klar. Ich hab trotzdem keine Ahnung, was ich jetzt erstmal tun soll weiter. Hm. Werd jetzt einfach mal wieder in die Scheune. War ja scheinbar nicht ganz falsch. Probier ich dann mal auch die andere Falle zu entschärfen da, wo wir vorhin reingelaufen sind. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Gucken. Ob das irgendetwas bringt. Streichhölzer nehmen wir uns wieder mit. Können wir? Warte mal. Bringt das was, wenn ich das hier anzünde? Ich glaube, das bringt mir... ...nicht oder viel. Keine Ahnung. Ich lass mal abfackeln. Wird schon nicht falsch sein. Wenn doch, dann hab ich Pech gehabt. Nee, 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 nee. So, die Bärenfalle entschärfe ich mal. Dieses Mal. So, Bärenfalle entschärfen. Wundervoll. Okay, hätten wir das auch gepackt. Dann schmeiß ich wieder die Leiter runter. War ja auch nicht falsch. So, und jetzt klettern wir mal wieder nach oben. Boah, wo? Wo ist die? Wo ist denn die Bombe? Wenn ich jetzt wüsste, wo die gerade ist, dann werde ich sie ja entschärfen. Aber ich... Ah, da ist sie. Okay. Schon gesehen. Boah, das war aber knapp. Das war gerade noch so, muss ich sagen. Halleluja. Kann ich hier irgendwie... ...was machen? Ich hab keinerlei Ahnung, um ehrlich zu sein. Vielleicht muss ich mir dazu auch mal selber noch ein Video anschauen, weil ich bei manchen Sachen echt keine Ahnung habe, was ich tun kann und was ich tun muss. Ja, ich werde mir jetzt selber mal ein Let's Play anschauen irgendwie noch. Oder zumindest diesen Teil hier, weil ich ja hier jetzt auch nicht jahrelang rumeiern will. Und ich muss mal kurz mein Handy wieder entsperren, damit ich die Zeit im Auge behalten kann. So, ich hab keinerlei Ahnung, was ich hier tun kann und was ich tun muss. Irgendwas wird es ja mit den Zahnrähern hier auf sich haben, ne? Ich guck gleich mal mein... ...was man eigentlich so tun kann, alles. Und vielleicht hilft mir das ja weiter dann. Erste Hilfe Koffer, Spritzer, Brandbolzen, doppelläufige Flinte, Granate. Okay. Bringt mir alles irgendwie nicht allzu viel. Kann ich hier irgendwas noch machen? Ne. Ah, nur meine Laterne an. Okay. Das bringt mir auch gerade nichts. Ich nehme mal die doppelläufige Flinte. Rüste ich mal aus. Wird schon nicht falsch sein. Ich glaube, die kann ich am ehesten benutzen. Also, wäre mir am ehesten Hilfe gegen den Scharfschützen da oben. Hm. Ich kann ja jetzt nochmal gucken, da diesen anderen Weg, wo ich vorhin gestorben bin, an der Bombe. Vielleicht ist da ja irgendwas. Ansonsten ist das hier mal wieder ein planloser Part und wo ich keinerlei Ahnung habe, was ich eigentlich zu tun habe. Was ist das? Warte mal. Ist das das andere Haus da? Ich hab keinerlei Ahnung mehr, ehrlich zu sein, wo wir hier sind und was wir hier tun können. Das ist das, glaube ich, das Haus zum... Ja, warte mal. Ich glaube, ich hab ne Ahnung, wo wir sind. Aber mal schauen. Ich werde hier erstmal wieder drum vorbeischleichen und die entschärfen. Natürlich werde ich die entschärfen. Gibt uns ja wieder ein bisschen Zeug. So, wo war es hier? Da unten war noch so ne Bombe, ne? Ja, wo waren die? Ich seh's gerade nicht. Hier ist ne Axt. Auch interessant. Vielleicht benötigen wir die Axt? Ich hab keinerlei Ahnung. Hm. War hier die Bombe? Hier war keine Bombe, okay. Okay, hab ich mich vertan, dann war es erst hier irgendwo. Hier war sie. Genau, hier war die nächste Bombe. Und wir haben's perfekt entschärft. Wundervoll. Nächstens, das haben wir geschafft. So, können wir jetzt irgendwas damit anfangen? Ich hab keinerlei Ahnung. Hm. Jetzt sind wir die Leiche hier mal an. Warum auch immer. I, hier hinten. Nack, nack. Bäh, ist das eklig. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, was ich tun muss, das wäre von großer Hilfe. Ich hab keinerlei Ahnung. Was ich hier überhaupt tun kann, soll oder muss. Kann ich irgendwie dir ne Falle locken? Hier alle. In dem Haus oder so. Dass ich hier irgendwas... Benutze. Hm? Was zur Hölle? Okay, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass die hier reinkommen. Okay. Okay. Interessant. Toll. Ganz toll. Und nun? Ja, ganz toll. Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Ähm. Ich hab gerade auch keinerlei Möglichkeiten, mich so richtig gegen die zu wehren, oder? Ja, geil. Komm, nimm doch die... Was lege ich eigentlich auch meine einzige Waffe hier ab? Ja, komm, bring mich um. Ist mir auch vollkommen egal jetzt. Ich werde eh sterben. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das nicht mehr überleben, aber... Ich glaube, man hätte schon irgendwas an der Scheune tun müssen, damit das hier alles... Was bringt. Ansonsten habe ich keinerlei Ahnung, was wir hier irgendwie tun müssen. Ich klatte einfach mal hoch, wird schon nicht das Allerdümmste sein. Weil die werden doch hochkommen, ne? Werden doch alle hochkommen können. Ne? Oder? Was? Die sehen mich immer noch. Oh. Warte, was? Wo brechen die gerade ein? Oder welche Fenster gehen hier gerade kaputt? Ich hab keinerlei Ahnung. Ne? Wow, okay. Das bringt mir jetzt gar nichts. Interessant. Ne? Spannend. Ich komm nicht weiter. Geil. Das ist die beste Voraussetzung für das Let's Play, dass ich nicht weiterkomme. Kann ich hier irgendwie... Granate. Hm. Bring mir auch nichts. Ein Brandbolzen. Was bringt der mir denn? Gucken wir mal. Informationen. Hätte ich gerne. Ich kriege keine Informationen. Aber ich kann ein Bolzen herstellen. Okay. Nee. X. Brandbolzen. Kann ich nicht benutzen. Okay, warum auch immer. Warum auch immer ich das jetzt nicht benutzen kann. Ist hier irgendwas? Ah, hier ist eine Tür. Okay. Gucken, wo wir hier jetzt rauskommen. Okay. Hm. Können wir irgendwie... Wollen wir ihn hier ablenken? Ah, wow. Ich sehe, wo wir rausgekommen sind. Toll. Und nun? Warte mal. Nee. Das bringt mir auch nichts. Ich habe keinerlei Ahnung, was ich tun kann. Wir rüsten das einfach mal aus. So, wie war das mit dem Zielen? Oh. So war es nicht. So war es. So, da oben war auch irgendwo einer, ne? Wo ist er denn? Wer sieht mich denn? Hallo? Oh Gott. Was? Oh, Hölle. Von wo kam der? Da oben. Du Arschloch. Scheiße. Okay. Wow, das hat super geklappt. Und ich habe keinerlei Ahnung, was ich hier tun soll, ne? Also, nee. Das ist ein extrem spannender Part, weil ich einfach nicht weiterkomme. Ja, hä? Was soll ich denn tun? Hm. Ich habe keinerlei Ahnung, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich sagen, ich beende erst mal an dieser Stelle den Part. Ich würde sagen, ich schaue mich im nächsten Part nochmal um und mal schauen, was wir hier machen müssen. Auf jeden Fall. Tschüss, Koski. Euer Flastwi. Also, ich würde sagen, 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 ich würde sagen Vielen Dank.